Hallo Leute, es geht weiter mit Alice Madness Returns. Ja, ich ärgere mich gerade ein bisschen. Ich habe nämlich gerade eben versucht nochmal durch das Loch zurück zu gehen, aber die Tür da drin ist jetzt zu. Weil ich habe beim Bearbeiten das letzte Mal im Part gesehen, dass ich drei dieser Schneckenhäuser nicht zerstört habe. Und damit habe ich in diesem Level das dann schon wieder, ja, sozusagen nicht geschafft. Äh, das wollte ich nicht. Wie kann ich denn jetzt nochmal... Aha. Das ist die Schweineschnauze. Und dann habe ich sie gepfeffert. Bepfeffert. Oder wie auch immer. Och nö. Och nö. Nö. Okay, das war eins von diesen Dingern. Ah, sie kommen ja schon. Ich habe sie gar nicht gesehen. Ja. Das hast du toll gemacht, Anne. Wo ist das andere? Ich habe das doch irgendwo gesehen. Da waren doch zwei. Ach, da ist es ja. Ich muss hier so ein bisschen vorsichtig... Ja, komm jetzt her. Oh, die sind aber auch. Dann eben so. Und nun? Anscheinend war das noch nicht alles. Wo fehlt mir eins? Hm. Ich sehe das Nest nicht, falls es eins gibt. Ja. Gut. Oh. 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 Ich kann nicht pfeffern. Komm schon. Wo kommt das denn jetzt wieder her? Ah. Mensch. Mensch. Irgendwo muss ein Nest sein, was ich übersehen habe. Weil da kommt ja schon wieder einer. Da unten ist das Nest. Spitz die Ohren, um Schnauzen zu finden. So, jetzt haben wir es aber. Da ist eine Schnauze. Sie fliegt direkt über mir. Und das sind diese Radularräume oder Schneckenhäuser, die ich meine. Und wo kommt denn jetzt wieder einer? Ey. Das gibt es doch nicht. Erstmal pfeffere ich die Schweineschnauze. Damit ich das wenigstens schaffe. So. Wo soll ich lang? Kann ich hier durch? Nö. Dann muss ich umdrehen. und springen da rüber und sammeln eine Erinnerung ein. Super aufessen, Mädchen. Denk an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Okay. Klang so ein bisschen wie eine Erinnerung aus dem Kinderheim. Aus dem Waisenhaus. Hier ist irgendwie so eine Kuh eingesperrt. Falsche Schildkröte auf See geblieben. Achso. Ja, die falsche Schildkröte. Auch wieder ein Exemplar aus Lewis Carrolls Alice im Wunderland. Möchte ich eigentlich hier jetzt schon nach unten oder nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich es ja schaffen können, da rüber zu springen. Ähm. Was war jetzt echt? Ah. Schon habe ich wieder einen goldenen Zahn eingesammelt. Ich glaube, ich soll hier oben hin, aber ich sehe schon den nächsten Kampf bevor. So. Okay. Ja, ich musste nur mal die Steuerung nochmal üben. Oh nein, irgendwas passiert mit gleitender Verfall. Irgendwas passiert hier. Ja. Immer drauf, Alice. Kommt doch bestimmt noch mehr, oder? Das war bestimmt noch nicht alles. Hallo. Okay. Nee, dann werde ich jetzt mal, auch wenn ich es vielleicht noch gar nicht... Vielleicht komme ich auch noch da... Das war nicht so klug. Aber vielleicht... Nein, ich habe es nicht mehr geschafft. Ach ja, schön. Na gut, bin ich wieder auf der Seite. Ich will eigentlich nochmal runter. Ops. Ganz runter. Einfach, weil ich hier noch nicht war. Aber ich mich frage die ganze Zeit, was das hier für Blumen sind. Ach so, die gehen einfach nur rauf. Äh, auf. Und dann kann ich die Dinger hier auch wieder kaputt machen. Ach, schade. Ich ärgere mich, dass ich die anderen nicht eingesammelt habe. Gibt es hier noch mehr? Geheimnisse, Erinnerungen, sonstiges. Gut, dann laufe ich mal da hinten jetzt lang. Hm. Denn bunte Radularräume sind hier ja auf jeden Fall noch. Und die kann man ja nur kaputt machen, wenn man runter geht. Ach, ist... Das war wieder schlau, ne? Das war wieder schlau. Bin ich jetzt wenigstens hier unten? Nein, jetzt bin ich hier oben. Heißt das, ich muss die da unten auch alle wieder kaputt machen? Oder was? Sind die noch da? Waren hier nicht jetzt welche? Ich glaube, die sind automatisch... Ne, hier waren doch die bunten Radularräume. Okay. Das heißt, die sind automatisch noch kaputt. Finde ich gut. Dann ab nach oben. Ach, ich liebe das ja hier rumzulaufen, ne? In echt würde ich ja nacktfüßig hier meine Füße reinstecken ins Wasser und mich meines Lebens freuen. So. Also nochmal das ganze Gehüpfe. Man könnte ja auch da vorne sogar stehen wahrscheinlich. Naja, egal. Sind wir jetzt hier? Wo wir auch weiter wollen. Och, nö. Okay, den mal eben schnell mit unserem Messer kaputt gemacht. Geht natürlich auch. Ist jetzt hier noch irgendwas? Mann, ist das tief. Kann ich da rüberspringen? Komme ich da rüber? Soll ich da sogar rüber? Weil wir kommen ja von hier, oder? Ne, da war ich noch nicht. Oh Gott, was ist das? Was ist hier los? Der Himmel verändert sich. Nein. Oh Gott. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Warum ist das jetzt zu? Ich wollte da noch versuchen rüber zu springen. Oh, das hasse ich immer, ne? Okay, wenn wir also was sehen, werde ich es direkt machen. Weil sonst ist es vielleicht zu spät. Und dann passiert sowas und dann ist der Weg auf einmal hinter einem zu. Plötzlich verändert sich alles. Na gut. Kann ich da jetzt eigentlich rüber, oder würde mich das töten? Weil irgendwie muss ich doch da rüberkommen. Ach, hi, Leute. Äh. Dieses Zielen mit meinem Controller ist blöd, muss ich zugeben. Passiert mir bei Walking Dead ja auch, dass ich dann einfach so zielungenau bin. Wie komme ich denn jetzt da hinten rüber? Ich müsste da, da muss ich rauf. Genau. Damit ich hier rüber kann. Damit ich da dann rüber kann. Oh, das war, das war daneben. Den Sprung habe ich nicht mehr geschafft. Wo bin ich jetzt? Ah, jetzt muss ich nochmal wieder von vorne natürlich anfangen. Schade. Wenigstens sind die Viecher nicht mehr da. Okay. Da oben kann ich ja sogar auch noch hin. Den schaffe ich doch wieder nicht, oder? Doch, ich schaffe ihn. Ja, toll. Warum habe ich nicht alle Häuser gekriegt? Schade, aber die Erinnerung wenigstens... Per Eisenbahn quer durchs Wunderland klingt reizvoll, aber auch ineffizient. Eher nach Schneckenexpress als nach Dampfroß wäre besser, diesen Zug zu vergessen. Ein Schildkröten so berich als Lokführer? Oh nein, das passt nicht. Warum manchmal springt sie so dreimal und manchmal nicht? Ach ja. Ja, stürzt dich gleich freiwillig in den Grund. Ist die Erinnerung jetzt noch da oben? Ich glaube nicht. Als ob das Spiel manchmal mit den Sprüngen gar nicht hinterherkommt. So. Ich sehe aber keine Erinnerung da hinten. Aber ich gehe da jetzt trotzdem nochmal hin, weil... Das war knapp. Ich dachte, hier wäre noch ein Schlüsselloch, wo ich reingehen kann. Weil ich habe das Gefühl, als ob da hinten ein Ausgang wäre für so ein Türloch, wo wir durchkrabbeln könnten. Ja, super, Alice! Mano! Jetzt regt mich nicht auf hier. Ich habe keine Lust, das tausendmal zu machen. Na gut, dann sind wir wenigstens jetzt hier an der richtigen Stelle. Nein! Oh Gott! Was passiert mit dem Wunderland? Was passiert mit dem Tränental? Es war so wunderschön hier und jetzt sieht alles so herbstlich verwittert aus. Wer lacht da eigentlich immer? Drücke RB, um jederzeit auszuweichen, sogar beim Springen. Okay, mal wieder hier unsere Kampfzeit. Nein, 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 nein. Oops. Missed, missed, missed. Oh Gott, und diese Viecher, diese Schroppnellen. Shit, vielleicht hat sie mich. Okay, das war's anscheinend. Hola Jahn, lies diese Zeilen, als hinge dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Sammle diese weißen Beißer, um deine Begegnung mit dem weißen Bärtigen hinauszuschieben. Meine Freunde können die Hauerchen gut gebrauchen und du erweiterst deine Waffenmöglichkeiten. Ah, und hier sind wir dann jetzt hier in unserem Waffenmenü, was ihr auch noch gar nicht gesehen habt. Hola Jahn. Und uns gehört die Vorpal-Klinge und die Pfeffermühle. Jetzt können wir aber irgendwie Upgrades machen. Gib mir 150 Zähne für das Vorpal-Kling-Upgrade. Möchtest du wirklich ein Upgrade machen, wenn wir es tun können? Ja. Und somit ist das dann auf Level 2. Wir haben aber nur noch 61 Zähne. Ist egal, denn wir haben zumindest unsere Klinge jetzt im Vordermann gebracht, sozusagen. Für die Pfeffermühle brauchen wir dann 475 Zähne. Und genau dafür sammeln wir die nämlich ein. Der Hutmacher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Besaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Tja, was auch immer es ist, wir werden es herausfinden. Wie komme ich denn da oben hin? Äh. Tränental, Spiegelbahn. Okay, das war die Spiegelbahn, die da also jetzt runtergeknallt ist, oder was? Hm. Irgendwas läuft jedenfalls im Wunderland schief. Wie ein, ja, Orkan. Irgendwas verwüstet alles. Gehen wir mal bei dem Pilz hier hoch. Ah. Okay, jetzt bin ich hier bei dem Pilz oben. Was bringt mir das? Habe ich eigentlich alles eingesammelt, was man einsammeln kann? Ich hoffe es. Dann gehe ich nämlich wieder runter. Ja, hier soll ich hin. Sehr gefährlich gerade. Ja, super. Ich bin, ähm, dachte ich wäre unten angelangt. Ne, ich hab's nicht geschafft. Aber, äh, was ich natürlich schön finde, ist, wie Alice stirbt mit Schmetterlingen. Wer möchte nicht mit Schmetterlingen sterben? Oh. Da war wieder ein Monsterchen. Und wir haben ja unsere Vorpal-Klinge jetzt auf Vordermann gebracht, von daher, ja, fühle ich mich relativ sicher. Nein, das schöne Tränen-Tal. Menno, es ist immer nur so kurz. Hilfe. Ein dunkler Tunnel. Oh nein. Hm. Ach, ich wette, ich hab wieder nicht alles eingesammelt gekriegt, obwohl der Weg immer so eindeutig, eindeutig ist. Und so eindeutig hier runter zu springen, passiert hier bestimmt gleich irgendwas Schlimmes. Geh, geh, irre. Geh, irre. Geh, irre. Das war's für heute. Und noch mehr von diesen Geschirrern, Geschirrern, Alice kann feindlichen Attacken ausweichen. Das weiß ich doch, dass ich das kann. So krieg ich ihn nicht. Mach dich frei, Junge. Geht doch. Frei von deinem Schild, natürlich nicht von seinen Sachen. Wir sind ja nicht beim Arzt. Komm her. Wer legt sich mit mir an? Ja, es ist sehr schön, wie das Blut hier auch splattert. Das gefällt der kleinen Alice. Wow. Na komm. Ja, wird's bald. Das gibt's doch nicht. Der hat sich nicht einmal von seinem Schild... ...hör auf mich anzugreifen. Komm her. Du nervst mich langsam, weißt du das? Geht doch. Geht doch. Hier im Teekan-Land. Was auch immer. Okay, ich soll da oben hin. Geht klar. So, und hier mache ich mich klein. Sammle nicht nur Zähne. Sondern wie bereits erwähnt, kann ich hiermit meine Rosen-Lebensenergie wieder auffüllen. Bis alle Rosen wieder da sind. Und dann geht's mir wieder tiptop. Dafür sind diese Blumen sehr gut. Und dann hat sich's. Und man bekommt sogar noch ein paar Zähne. Was ist denn das hier? Oh nein. Ein gruseliges Skelett, was die Maschine da drinne führt. Oder geführt hat eher. Und jetzt gestorben ist. Hm. Ich will hier aber noch alles absuchen irgendwie. Habe ich alles mitgenommen? Was man mitnehmen kann? Oder ist bei den Kannen da unten noch irgendwas? Ich glaube aber nicht. Für mich sieht das alles hier jetzt recht abgegrast aus. Hm. Verirrt und kein Schimmer wohin? Versuche es mit Schrumpfen, wenn du Feilchen siehst. Ist man geschrumpft, wird der Schrumpfsinn verborgene Pfade und Hinweise enthüllen. Ja. Mit dem Schrumpfsinn kann man versteckte Plattformen und Schlüssellöcher finden. Das stimmt wohl. Das steht nämlich alles an den Wänden dann. So, wie hier jetzt. Das machen wir aber im nächsten Part von Alice Madness Returns. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.